Herzlich willkommen zum neuen Video Golf 7 GTI TCR gegen Golf 8 GTI Ja, den haben wir vor kurzem erst reviewed und Matthias und ich haben uns dann gedacht, ey, wir müssen auf jeden Fall nochmal irgendwie so einen Vergleich machen, was natürlich komplett unfair ist, denn das müsste eigentlich ein Clubsport sein, damit sie auf Augenhöhe sind. 290 PS, 380 Nm, 245 PS, 370 Nm. Von 0 auf 100 in 6,2 Sekunden, von 0 auf 100 in 5,6 Sekunden. Boom! Nicht bei 250 kmh abgeregelt, abgeregelt bei 250 kmh. Wie ihr die von außen findet, das müsst ihr mal entscheiden und jetzt hier unten in die Kommentare reinschreiben. Findet ihr, der ist schöner, aber jetzt gar mal abgesehen von der Farbe. Aber ich glaube, da streiten wir nicht. Ich meine einfach nur vom Design, vom Optischen her, vom Aussehen her, welchen findet ihr da schöner. Ganz ehrlich, mein Herz schlägt mehr hier für diese Seite. Matthias? Meins, Frau oder deine. Auch für meine Seite, sagt er nur, weil er Angst hat. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wir wurden uns gar nicht damit so viel befasst und ihr habt bestimmt genug Videos gesehen, wie die Dinger von außen aussehen, was schöner ist, was nicht schöner ist. Was ich hier ganz ehrlich finde, ist die Nebelscheinwerfer, dass die hier in diesem Wabendesign drin sind. Ich habe gar keine Nebelscheinwerfer. Ich finde aber, das Rot setzt sich bei mir viel, viel schöner ab, als die hier. Es ist hier auch ehrlich sehr, sehr klein. Also hier ist schon ein kleiner Grill, aber der hier ist noch kleiner. Neue VW-Embleme, alte VW-Embleme, aber ich finde mein vom Optischen, vom Design her einfach schöner. Sie haben beide Winterreifen drauf, also das ist nicht unfair, sagen wir es mal so, aber ich finde mein optisch einfach schöner. Wir gucken uns mal kurz das Heck an. Beide Autos getauscht und das ist die Heckpartie von den beiden Autos. Ich sagte ja schon, es ist unfair, sie miteinander zu vergleichen, weil hier müsste eigentlich der Club-Spot stehen. Deswegen finde ich mein Heck auch einfach schöner. Klar, ich habe ja schon öfter gesagt, dass mir dieser Wing hier einfach zu viel ist an dem Auto. Deswegen ist der hier hinten schön clean gehalten. Ich finde diese Rückleuchten eigentlich genauso sexy wie meine Rückleuchten auch. Ich finde, sie passen ganz gut hier rein, weil sie auch echt sehr, sehr schmal sind. Was ich sehr, sehr nice finde, ist, dass das GTI-Zeichen hier in der Mitte ist. Schön prang. Das finde ich so ein bisschen, das wäre auch schöner, wenn das in der Mitte wäre oder vielleicht sogar ganz weg. Ich finde das immer so blöd, wenn es immer nur so an einer Seite ist. Die Auspuffrohre haben sie behalten, die sind beide identisch. Beide Silber und wenn man den mit Akrapovic bestellt, dann kriegt man hier auch schwarze Rohre. Wenn man den R oder den Club-Spot mit Akrapovic bestellt, dann kriegt man da auch schwarze Endpuffe. Schwarze Endrohre, so rum. Die Partie finde ich hier ganz schön. Die ist ein bisschen mehr rausgezogen. Also hier ist viel mehr Platz als hier. Das ist auch hier sehr kurz gehalten. Dafür haben wir hier oben drauf so eine kleine Lippe. Und ich finde die Farbe einfach schlimmer. Das ist es nun mal. So, es ist Shitwetter und Matthias hat Bock zu fahren. Ich habe Bock zu fahren und wir gucken jetzt mal, was die beiden hier haben. Wo man wirklich den Unterschied spürt, ob man diese 10 Newtonmeter mehr, beziehungsweise diese 45 PS mehr, ob man die wirklich so extrem spürt. Und das würde mich interessieren. Bevor es losgeht, wollen wir auf jeden Fall nochmal einen Soundvergleich machen. Starten wir mit dem Golf 8. Wir haben jetzt schon. Wir haben jetzt schon. Ich bin der Püse. Was sagst du? Natürlich deiner. Ehrlich? Ja, okay. Man muss aber sagen, hier ist was dran gemacht. Das ist nicht ganz fair. So, jetzt springen wir ins Auto. Erst 8 oder erst 7? Ich fahre erst den 9. Erst den 9? Ja, dann haben mich den Unterschied nachgemerkt. Okay, alles klar. Dann fährt er erst den 9 und ich fahre den 1. Reingeht's in die Autos. Ich fahre vor? Ja, ich würde vorschlagen, wir machen so, wir fangen auf die Autobahn, beschleunigen dann beide einmal richtig und dann gucken wir mal. Klar wird meiner schneller sein. Was ich auf jeden Fall hier schon sehe, ist, meiner ist tiefer. Obwohl es von hier aus sieht aus, dass meiner tiefer wäre. Ach ehrlich? Ja. Okay, ich würde denken, dass ich tiefer bin. Na ja, gut. Ja, ich kenne mein Auto ja, ne? Viel Spaß erst mal. Ich fahre vor? Klar, der Schnellere fährt vor. So, anfange ich. So. Ich glaube, dass man es doch sehr stark merken wird. Ich fahre mit dem Golf an, weil ich bin ja bei dem Vergleich Type R gegen Golf. TCR bin ich, habe ich den halt nicht so übertrieben, sagen wir mal, getestet. Und das mache ich heute einfach mal. Ich teste jetzt beide ausführlich. Gibt richtig Kette. Bin auch schon im Sportmodus. Ich bin den ja schon gefahren, nur jetzt nicht im direkten Vergleich, also nicht mein und danach sofort den. Deswegen, ich glaube aber, dass ich um einiges, dass der sich hier einfach aggressiver anfühlt und viel mehr Power hat. Das sieht schon schön aus mit dem Licht da hinten, ne? So. Ja, das Soundmodul ist schon sehr dominant. Also man hört den Sound von ihm. Ja, die sagen, das Lichtband, das sieht schon cool aus. Ich sag doch, das Licht, dieser Streifen da vorne macht was aus. Ich finde das so geil. Ja, auf jeden Fall. Sieht echt cool aus. Und auch dynamisches Blinken vorne. Schick, schick. Aber trotzdem. Power ist hier. Stimmt, einer hat das ja noch nicht, ne? Okay. Okay. Also dieses Scheppern hier ist natürlich schon viel, viel extrem. Ich höre den ganzen Tag geknallt. Ich sag gerade auf der Kamera, dass das Scheppern hier viel, viel extremer ist. Und ich meine, der hat ja vorher auch schon so gescheppert, ne? Also nicht nach dem Umbau von HDH, dass der so extrem scheppert, sondern der hat vorher ja auch schon gut geknallt. Also ein Punkt schon mal für den Golf 8, Lenkrad super. Ja, ich bin, glaube ich, eher Lenkrad vom Meilen. Mein Lenkrad ist halt einfach, ich weiß, der ist einfach sportlicher, weil es auch so viel frei ist. Und mit diesem Runden in der Mitte sieht es einfach schön aus, finde ich. Du findest das dicke so gut, das ist richtig griffig. Du hast ja auch keine Mädchenhände, das finde ich viel besser. Ja, ich weiß, du findest dick eh immer gut, aber... Wie gesagt, da fass ich das Lenkrad. So, dann wechsle ich mal erst mal im Komfort-Modus, damit wir mal wissen. Komfort-Licht-Auto. Wo wechsle ich das denn hier? Mode. Dann gehe ich jetzt mal auf Komfort. Ja, schade, dass es nicht so ein tolles Wetter ist. Somit haben wir nicht so die Chance, die Dinger mal echt so richtig zu prügeln. Sondern es hält sich wahrscheinlich eher mehr in Grenzen. So von 70, 80 und dann mal so auf 150 hoch. Aber wir können halt nicht... Ich mach das mal auf, ein bisschen mehr Licht. Wir können halt leider nicht mal so richtig, so eine richtige Beschleunigung machen. Das kriegen wir leider nicht hin. Und leider können wir auch nicht 0 auf 100 wirklich messen, weil ich leider nicht so ein Messgerät habe. Und die sind echt verdammt teuer, diese Dinger. Aber ich glaube, es lohnt sich schon, das darin mal zu investieren, oder? Na, müssen wir mal gucken. Oh, Komfort. Oh, das sieht doch trotzdem. Also, der ist viel, viel aggressiver, meiner. Der hat viel mehr Druck. Und es sind nur 10 Newtonmeter mehr. Und 45 PS, 45 PS ist schon was. Aber 10 Newtonmeter hört sich gar nicht so viel an. Und Matthias, erzähl mal was. Also, klar, erzählst du ein bisschen viel in die Kamera, aber ich will auch was hören. Also, Komfortmodus, ich war gerade so... Also, du beschleunigst auch im Komfortmodus, zieht da richtig gut. Und die Lenkung recht weich. Also, finde ich sogar weicher als bei anderen Fahrzeugen, also die ich jetzt habe in den letzten Tagen gefahren. So, Beispiel mein Type-R. Der lenkt nicht so weich im Komfortmodus. Und das finde ich hier halt sehr gut gemacht. War bei dir aber auch schon so. Und das finde ich im Komfortmodus sehr gut oder angemessen. Okay, ich fahre gar nicht im Komfortmodus. Aber ich probiere gleich auch mal den Komfortmodus im Golf 8 aus. Und bei den Temperaturen mega geil die Lenkradheizung und Sitzheizung. Beides Traum natürlich für mich, weil ich nicht habe. Ja, Lenkradheizung vermisse ich auch. So, ich brauche jetzt ein bisschen Strecke. Ja, wir fallen auf die Autobahn da oben. Aber lass mal jetzt hier mal gucken, mit Stolium zu haben. Ich glaube, der wird direkt durchdrehen, wenn du Vollgas gibst. Also, start, stop an. Wo ging das nochmal aus hier? Im Display. Auf Fahrzeug. Grün. Was? Was? Ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt, was war das denn? Jungs, habt ihr euch auf was abgezogen? Ja, sicher. Du kannst ja gar nichts, das ist der Fahrer. Wie geht das denn? Ey, was war das denn? Das war, glaube ich, ich habe einfach zu stark durchgedreht. Irgendwie, ich war so geschockt, ich war still, weil ich nicht wusste, ob du mitfährst oder nicht. Doch, ich habe voll durchgedrückt. Aber der hat natürlich ein bisschen mehr durchgedreht. Aber krass, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, schade, dass es nicht trocken ist. Ja, okay, viel macht auch der Fahrer aus, ne? Leider, da ziehen wir keinen vom Pferd. Du musst dann nur das Gas wieder durchdrücken. Was macht das den Fahrer aus? Versuch mal 80 zu fahren. Meiner fährt jetzt genau 80. Zeh nicht, ja. Ja? Okay. Eins, zwei, drei, ja? Eins, zwei, drei. Jetzt bin ich schon in der Autolänge weg. Keine Chance, endlich. Keine Chance. Das. Dann merkst du schon. Hier merkst du die Leistung. Hier hast du keine Chance. Ja, das stimmt. Ich würde mich nur mal 50 interessieren. Und vielleicht schaffen wir es auch gleich noch von 0 zu starten. Nein, das macht schon Spaß. Ich finde den, weil, also ich bin ja dein noch, ich bin, hab deinen ja nicht so übertrieben gefahren letztens. Und das mache ich dann gleich mal. So wie heute. Mit dem hier. Und dann gucken wir mal, ob man das wirklich spürt. Klar, man sieht schon, deiner ist deutlich stärker. Aber man merkt ja schon, dass die PS mal rausmachen. Du bist aber auch im Sportmodus, ne? Ja, ja. So, jetzt fahren wir Golf 8. Bin ich ja schon mal gefahren, aber noch nicht so in so einem Beschleunigungsmodus. Sollen wir nur kurz den Sitz einstellen? Gut, dann, ja, wir haben hier ein Stück Landstraße. Da können wir ja mal einmal kurz auf 100 beschleunigen, oder? Also, von 3, 2, 1, nee, 1, 2 und bei 3 geben wir Gas, okay? Okay. 1, 2, 3. Boah, gib Ketze! Das gibt's doch gar nicht. Alter Falter, hätte ich nicht gedacht. Hier links, ne? Was sagst du, war cool, ne? Ja, krass. Der Format war 50? Ja. Yes, bin ich. Ich hab auch 50. Wo bist du denn bei 50? Ey, ohne Scheiß, ich bin bei 50. Jetzt, jetzt. 1, 2, 3. Boah, doch, der zieht bald, weil 50 zieht, der geht's eh so weg, ne? Aber jetzt hab ich den echt. Alter Falter, jetzt nochmal von 80. Schleunigen einfach. 1, 2, 3. Ja, krass, also, um so viel schneller ist der gar nicht, ne? Nein, nein, der zieht irgendwie besser, der geht, äh, also, was heißt zieht, der kommt schneller weg irgendwie, der TCR dreht durch. Mach schon Spaß, Automatik vor allem, so, wenn du, das war ein anderes Schalter, bei so einem Wagen, macht Spaß. Ja, ich weiß nicht, das Lenkrad finde ich bei dem anderen besser. Da sind die beiden Boliden und hier sind die beiden anderen Boliden, ne? Äh, Kollege und ich, was sagst du? Positiv überrascht, du? Ja, ey, nicht positiv überrascht, ich bin sauer. Ja, auch noch. Guck mal, ich hab 40 PS mehr, 10 Newtonmeter, okay, das ist nicht viel. Aber bis 100 hat der ja gar keine Schnitte. Heftig. Aber meinst du, das liegt daran, weil's Wetter zu gut ist? Wetter und Fahrer. Ja, gut, der hat natürlich gedreht. Also, ich muss echt sagen, ich bin wirklich überrascht, hätte ich nicht gedacht, dass der genau, weil der fühlt sich viel, viel aggressiver an. Ja. Und ich bin auch noch, als ich mir zuerst den gefahren, und da hab ich nur gedacht, das schafft der gar nicht. Dann hält der niemals mit, also von der Agilität her und so, aber nee, da haben sie was Geiles gezaubert, ne? Wenn ihr Bock habt, wir sind gerade hier bei CarStore, hier kann man die Autos mieten, die haben gerade mal den Platz ganz leer. Da ist der Maserati, den hab ich auch schon mal gefahren. Und die haben sonst auch G-Modelle hier, Porsche gibt's hier, RS Q3 gibt's hier, RS 5 gibt's hier, die haben wirklich alles. Was sagst du denn, Matthias? Also, wie gesagt, nicht nur von der Leistung her, auch so vom Lenkrad her finde ich leider besser als dein. Also, das finde ich cool, man hat was in der Hand, ist nicht so abgemagert, und sogar im Komfort zieht der, also der ist schon sportlich gemacht, also sehr agil. Ja, krass, also muss ich mich mal wieder so halbwegs geschlagen geben, ne? Ja, aber gewinnt der auch dann mal gegen irgendwas? Gibt's doch gar nicht, das ist immer nur am Verlieren bin hier. Halb R schon richtig verloren und jetzt Golf 8 GCI, dann will ich nicht wissen, wie der Clubsport oder der R ist. Ja, da freu ich mich drauf, auf den R, da müssen wir mal was organisieren. Gut, danke fürs Einschalten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und schreibt bitte gerne in die Kommentare unten rein, was ihr gedacht hättet. Und, klar, sind wir jetzt am Ende des Schließers, aber wenn ihr trotzdem reinschreibt, ihr hättet auf jeden Fall gedacht, dass er um einige schneller ist, ist er nicht. Klar, von 80 auf, dann ging der ruckzuck weg, aber von 0 auf 100, da waren wir echt überrascht, Matthias und ich, ne? Gut, ja, und wenn ihr das komplette Video von denen nochmal sehen sollt, dann verlinke ich euch das nochmal hier oben, dann könnt ihr da nochmal reinschauen und, ja, wir freuen uns natürlich über ein Abo, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Buh!